Gott, gerade haben Christinnen und Christen auf der ganzen Welt Ostern gefeiert. Die Auferstehung. Dass der Tod nicht das Ende ist. Ich hab selbst gerade einen Menschen verloren. Und da klingt Ostern irgendwie anders. Aber ich glaub das. Oder vielleicht, ich glaube, dass ich das glaube. Oder ich hoffe, dass ich das glaube. Glauben kann. Dass ich Vertrauen finde. Dass ich das Wunder glaube. Denn ehrlich, was wär das denn bitte für eine Welt, in der wir nicht mehr an Wunder glauben. In der wir nicht mehr staunen und sprachlos sind. In der wir nicht mehr im Angesicht unserer eigenen Zerbrechlichkeit darauf hoffen, dass wir nicht allein sind. In der wir vergessen, dass unsere Trauer nicht unser Leben vergiftet, sondern ausdrückt, wie sehr wir geliebt haben. In der wir nicht mehr darauf hoffen, dass wir uns wiedersehen. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Amen.